So, fahr jetzt weiter zur Zodabrücke Herzsprung. Google dachte gerade, dass die Brücke eventuell geschlossen ist heute. Aber das habe ich ja schon gelesen. Über die Brücke fährt heute keiner. Aber ich will ja auch nicht drüber fahren. Höchstens mal drüber fliegen, aber wir fahren erst mal hin. Bin ich drei Stunden unterwegs. Über Landstraße fahre ich meine Autobahn. Rechtsabliegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Werbeault Werbeault Möhn Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es gibt einige Brücken dieser Art in Deutschland. Man nennt sie So-Da-Brücke, weil sie einfach So-Da-Steht. Diese hier entstand bei dem Bau der Reichsautobahn nach Hamburg, irgendwann in den 1930er Jahren. Das genaue Datum konnte ich leider nirgends online finden. Das erforderte dann doch mehr Zeit für eine Vor-Ort-Recherche in Bibliotheken und Erschiefen. Der Bau der Reichsautobahn wurde schon seit den 1920er Jahren ins Auge gefasst und mit der Eröffnung der AWOS Automobilverkehrs- und Übungsstraße in Berlin im Jahr 1921 gab es die erste ausschließlich für Autos genutzte Straße. Der Bau der geplanten Strecke Hamburg-Berlin, auf der wir uns hier befinden, wurde ca. 1939 begonnen. Achtung! Achtung! Es übergibt jetzt der Vorsitzende des Vorstandes der Reichsautobahnen, Dr. Dortmüller, dem Führer einen Spaten. Solche Arbeiter an das Werk! Achtung! 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 Im ganzen Reich wird heute mit größtem Einsatz am Bau der Straßen Adolf Hitlers gearbeitet. So sind von den im ersten Ausbau geplanten 7000 Kilometer Autobahnen 2000 Kilometer im Bau größere Teile davon bereits fertiggestellt und dem Verkehr übergeben. Einem Verkehr, der sich mit der beträchtlichen Zunahme der Fahrzeuge, mit der Steigerung ihrer Geschwindigkeit und der Erhöhung der Betriebslasten außerordentlich schnell entwickelt hat und weiterentwickeln wird. Entgegen vielen Behauptungen wurden die Autobahnen nicht von den Nationalsozialisten erfunden, aber sie ließen sich natürlich gut vermarkten und durchbrachte der NSDAP viele Pluspunkte im Volk. Es wurden, wie auch heute noch beim Straßenbau, zuerst die Brücken gebaut. Als diese hier fertig war, waren vor allem durch den Krieg keine Arbeitskräfte und kaum Material zur Verfügung. Somit geriet der Bau der Reichsautobahn in Stocken. Im Jahr 1942 wurde dann deutschlandweit der Autobahnbau komplett eingestellt. Dadurch, dass Deutschland nach dem Krieg geteilt war, war eine Autobahn von Berlin nach Hamburg nicht notwendig. In den 1970er Jahren wurde dann überlegt, eine Autobahn von Berlin nach Rostock zu bauen. Bei der Planung hielt man sich an die alten Pläne von 1939. Allerdings wurde zwischenzeitlich bei Wittstock ein Truppenübungsplatz durch die Servietarmee angelegt. Es wurden hier vorrangig Bombenabwürfe geübt. Das sogenannte Bombodrom. Deshalb wischt die Straßenführung hier ab und die Brücke, die hier zwischen den Feldern nie jemanden gestört hat, blieb weiter ungenutzt stehen. Von westdeutscher Seite kam dann der Vorschlag, um vor allem Westberlin besser an die BRD anzubinden, die Autobahn nach Hamburg weiterzubauen. Man einigte sich auf einen Betrag von 1,2 Millionen D-Mark, der für die 100 Kilometer Autobahn an die DDR zu zahlen war. Die Streckenführung der Reichsautobahn basierte damals weniger auf Wirtschaftlichkeit. Es sollte eine Trasse geschaffen werden, die dem Benutzer die Schönheit Deutschlands zeigt. Auf hohen Dämmen sind Richtplanken angebracht. Der Autofahrer wird oft auch Strecken vorfinden, bei denen die Fahrbahnen am Hange gestaffelt sind. Hierdurch wird ein freier Ausblick für beide Fahrbahnen erreicht. Kennzeichnend für die neuen Straßen ist aber nicht nur ihre Anpassung an das Gelände und die gefällige Einfügung in die Natur, sondern auch ihre Anlage selbst. Wenn die Linienführung es erlaubt, lässt man schöne Bäume stehen. An anderer Stelle verbreitete man sogar den Mittelstreifen, um dem wuchtig und breit ausladenden Baume seine Lebensmöglichkeit zu erhalten. So wurde die Strecke oft in einem anderen Bogen als notwendig geplant, um den Benutzern die Schönheit des Deutschen Reiches zu zeigen. Es sollten Symbole für die Beständigkeit und Monumentalität des tausendjährigen Reiches werden. Ja, hier stehe ich ja eigentlich, jubber. Ich werde hier heute gleich die Nacht verbringen. Und dann morgen Richtung Heim fahren. So, und hier gibt es Kartoffeln. Wahrscheinlich sind die Nieder-EU-Normen entsprechend. Beziehungsweise, ich kann mir nicht vorstellen, warum die hier die Kartoffeln entsorgen. Die liegen schon ein bisschen höher. Die sehen ziemlich frisch aus. Die liegen auch schon mindestens ein halbes Jahr. Ich nehme mal eine mit. Gucken wir mal, wie die aussehen. Aber ich habe eigentlich genug zu essen, da ich brauche mir kleine Kartoffeln zu machen heute. So, Polizei. Wir haben hier einen Tauten gefunden. Ja, die Kartoffeln. Ja, ich habe gerade die Kartoffeln angeschnitten. Sehen eigentlich gut aus noch. Noch nie zu pappisch. Leicht pappisch sind die schon, ja. Tja, aus was für Gründen werden die hier entzogen. Hier kamen gerade zwei Autos an. Mit insgesamt bestimmt zehn, zwölf Leuten. Familien. Und stieg dann einer aus, kam zu mir rüber. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera mit drauf ist. Da hat sich jedenfalls bei mir entschuldigt. Wir wollen, die stören uns, stören mich nicht lange hier oder so. Und wollen bloß mal die Brücke besichtigen und ein paar Schiedsübungen machen. Hat sich vorgestellt, wir sind die Jäger hier. Aber ich hatte ja sowieso schon zusammengepackt. Ich war ja sowieso schon am Tuchen. Er hat mir angeboten, ich kann irgendeinem schießen, aber habe ich jetzt nie gewartet. Oder wollte ich jetzt nicht noch. Ich habe ja schon mal scharf geschossen. Während meiner ganzen Armeezeit, da habe ich zweimal scharf geschossen. Ne, dreimal. Ja, eigentlich komisch, dass ich noch nie mehr Kästchen gibt zu den Brücken. Zu der hier nie. Und die andere bei Gornitz da auch nie. Das bietet sich ja geradezu an, als Versteck für einen Kästchen. Das ist ein interessanter, alter Ort. Und man kann auf der Brücke oder auch in der Umgebung, hast du viele Sachen, wo du was verstecken kannst. Ja, wir fahren hier übrigens auf der B5. Das war, bevor sie die Autobahn gebaut haben, die einzige Transitstrecke zwischen Berlin und Hamburg. Ja, die einzige, man hätte auch geradeaus über Braunschweig fahren können. Jetzt machen wir einfach Pause. Oder machst du die hier? Erstmal nach dem Täsch gucken. Ich glaube, hier gibt es den, weil hier stand so eine Säule hier. Ist ja theoretisch auch ein... Also ich habe ja da vorne eine Pause machen wollen. Und da habe ich mal geguckt. Hier gibt es den Kästchen in der Nähe. Der ist ja am Bauernhof. Das war noch ein ganz... Ein kleines Stück weg. Da bin ich jetzt mal herhergefahren. Und wenn ich das Geschäft bereit habe... Nee, das habe ich im Rucksack. Friesack. Klammermark. Das Bauernhofgebäude steht seit... Das Bauernhofgebäude steht seit 1995 unter Denkmalschutz. Wird aktuell nicht mehr genutzt und ist im Besitz der Deutschen Bahn AG. Der Bauernhof Friesack liegt ca. 2,5 Kilometer vom Ortszentrum Friesack entfernt. Er liegt an der Bahnstrecke Berlin-Hamburg. Und wird durch den RE2 Rismor-Wittenberge-Kottsbrich stündlich angefahren. Der Bahnhof wurde zwischen 1844 und 1846 zusammen mit der Eisenbahnstrecke Berlin-Hamburg erbaut. Das entstandene Bahnhofsgebäude wurde im Stil des Klassizismus errichtet. Die Größe eines Bahnhofsgebäudes wurde damals der Größe und Bedeutung des Ortes, Klammer Friesack, angepasst. Die Ratsherren von Friesack befürchteten Belästigungen durch Lärm und Qualm. Sie ließen deshalb den Bahnhof relativ weit weg vom Ort erbauen. Das Bahnhofsgebäude wurde aufgrund von Platzmangel im Jahr 1878 erweitert und im Jahr 1905 um einen Stellwerksanbau an einer Ecke ergänzt. Sehen wir dann vielleicht noch. Kurz vor Friesack von Berlin aus gesehen, am Streckenkilometer 52 oder am 11. Mai 1936 von der Schnellfahrdampflokomotive 05002 ein neuer Geschwindigkeits-Weltrekord für Dampflokomotiven von 200,4 kmh aufgestellt. So, das ist alles jetzt hier zum Cache. Laut Dings ist er 120 Meter hier rüber. Das dürfte auf der anderen Seite von den gleichen sein, sehen ob man hier rüberkommt oder ob man da noch woanders hinfahren müssen. So, das muss man hier rüberkommt oder ob man da noch woanders hinfahren müssen. Bewohnung gewesen sein pro Etage. Hier wird die Wohnungstür. Wir haben da drüben eine Küche und hier auch ein. wir haben da drüben eine Küche. Also Guter alter DDR-Klo-Wollenhauter. Natürlich Corona-mäßig lecker haben wir dort das Papier. Geil, so die alten Böden, das finde ich schon mal gut. Hier sind noch überall Wäscheleine und Haken. Hier hängt sogar noch die Wäscheleine. Deutschbahn-Fahrdienstvorschrift. Zeitung von 1994. Frankfurter Allgemeine, auch von 1994. Bild-Zeitung von 1994. Untertitelung des ZDF, 2020 Die haben hier ein Ort Tagebuch geschrieben. 1905. Praxis im Ratskeller vom 6. November eingetragen. 8. November 1995. Janek hat Geburtstag. Das sind noch zukünftige Termine und weiter vorne steht hier, was sie gemacht haben. Das war eine Frau, wie es aussieht, die war mit einer Heiko verheiratet. Interessant. Die Farbtürchen haben wir hergestellt bei uns im Betrieb, wo ich gewesen bin. Das ist eine gute Westradio-Antenne. Hochkant steht hier nun im Allgemeinen. Das ist eine gute Verschaffung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Deckel klebt fest, den Settel schon zugemacht, dass das nicht weiter nass wird hier drin, wenn es regnet. Untertitelung. BR 2018 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 Können wir hier auf der Warmwasserboilers drin gewesen sein? Wir haben oben gerade. Ich kann mal nicht mehr leben. Ich habe hier auch wenig gemacht. Von 1982 ist nicht fertig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schnell mit ihm, dass er sich ein bisschen hochkommt. Da habe ich heute nicht unbedingt Lust. 99% sind Wurzeln von dem Baum hier. Aber da verzichte ich häufig. Und wo jetzt überall die Schilder stehen hier, don't drive and drink oder spielen nie am Handy während der Fahrt und die ganzen Zerven auf der Autobahn. Da standen dann immer so die großen Plakate, Brandenburg soll besser fahren. So nach dem Motto, irgendwann wird das mal was. Aber rechnet nicht mehr damit so ungefähr. So kam das immer rüber. Also das war dann auch lange. Die Autobahn ist doch wirklich, du kommst von rechts und auch hinter Tindorf oder wo das dann ist. Und Brandenburg soll besser fahren. So hier am Rande von Brandenburg an der Havel. Das war dann auch schon mal ein bisschen. Witz, Gatze, was weiß ich. Und bin von rechts. Ich hatte schon mal ursprünglich den Platz rausgesucht. Aber das ist ein großer Landepackplatz und sehr frequentiert. Brandenburg ist ja doch ein bisschen größer als Stadt. Wir fahren durch den Gäsch und fahren weiter. Der Gürtensee. Die Böden sind草 under biodies vinyl. Kaum steh ich hier 2 Minuten still, müsste von Mücken angefallen ohne Änderung. Das war gerade ein bisschen blöde, aber nicht bis jetzt geht weiter. Ja, kaum mal 2 Minuten im Busch gewesen und schon bin ich zerstochen wie nie. Und ganz schön aggressiv da die Fiecher. Musik 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 Vielen Dank.